Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, ihr seid die geilsten User. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz schöne Weihnachten, schöne Feiertage. Lasst es, lasst es krachen, lasst euch schön was schenken. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Ich danke euch, dass ihr meinen Kanal so viel abonniert habt. Ja, was soll ich sagen, ich wollte euch eigentlich nur schöne Weihnachten wünschen. Fein wie Nachen. Und wie gesagt, Geschenke alle zu mir. Nee, war ein Scherz, nee. Lasst es euch schmecken, es gibt immer leckere zu essen. Und wie gesagt, schöne, schöne Weihnachten wünsche ich euch. Bis dann, tschüss.